Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ich möchte mit euch heute über was Aktuelles sprechen. Viele von euch werden es sicherlich mitbekommen haben in den letzten Tagen. Im Stream wurde ich auf jeden Fall mehrfach darauf angesprochen und auch in meinen YouTube-Kommentaren von den Videos wurde das häufigeren darauf hingewiesen. Im Forum gibt es mittlerweile auch zwei, drei große Threads, im Europäischen Forum noch mehr. Es geht um die Geschichte mit The Fosh bzw. Sir Fosh, der letzte Woche eigentlich ein Review rausbringen wollte zum Chrysler K. Das Ganze ist dann nur eine Minute 46 lang geworden. Es gab relativ viele Beleidigungen in dem Video und der Punkt, der dabei eigentlich genannt werden sollte, ist komplett vergessen worden. Er hat das Video, nachdem er einen Copyright Strike angedroht bekommen hat, was von Wargaming-Seite jetzt auch nicht wirklich clever war, runtergenommen. Er hat hier nochmal ein Erklärungsvideo rausgehauen. Das andere Video kann man aber nach wie vor noch auf Facebook finden. Darum soll es hier heute aber auch gar nicht gehen. The Mighty Jingles hat heute ein Video rausgebracht, in dem er dazu Stellung bezogen hat. Das Ganze heißt Wallet Warrior und da geht es auch vor allem um den Chrysler K Grand Final, dass dieser relativ overpowered ist. Und er deutet es zwar an, die Entwicklung in die World of Tanks derzeit geht, aber dieses ganze Drama darum, dass The Fosh und Sir Conflexus jetzt als Community-Kontributoren entfernt worden sind, dass Sir Fosh der Copyright Strike auf seinem Kanal angedroht worden ist, hat so ein bisschen an der Thematik vorbeigeführt. Und das, was The Mighty Jingles hier in seinem Video sagt, das kann ich euch nur empfehlen für diejenigen, die Englisch verstehen. Für die, die nicht Englisch verstehen, mache ich quasi dieses Video in erster Linie. Und zwar wird es da ganz richtig angesprochen, dass im Kern Sir Fosh eigentlich genau das gesagt hat, was die Community schon seit langem denkt. Was ich auch in vielen Bereichen denke, nur er hat sich halt wirklich unclever ausgedrückt und hat leider, leider den Bogen ein bisschen überspannt, was die Beleidigungen in Richtung Entwicklerseite angeht. Und das hat dann unterm Strich dazu geführt, dass diese ganze Thematik, die eigentlich völlig richtig ist und die auch mehr Augenmerk braucht, untergegangen ist. Und ich möchte mit euch heute mal über diese Thematik sprechen und euch vielleicht ganz kurz erklären, wie ich das Ganze sehe. Warum meiner Meinung nach Wargaming, beziehungsweise das Spiel World of Tanks, in die falsche Richtung driftet. Und das Ganze ist ja eine Entwicklung, die jetzt mittlerweile schon über ein Jahr dauert, wo wir feststellen mussten, und dazu wechsle ich jetzt mal auf die Seite TanksGG, dass immer mehr overpowerte Premium-Fahrzeuge reingekommen sind in das Spiel. Aber nicht nur Premium-Fahrzeuge, weil da hängen sich jetzt viele dran auf, dass die Premium-Fahrzeuge, ich denke da an einen Defender, also Objekt 252U, jetzt dieser neue Chrysler KGF, die einfach frontal keine Weakspots mehr haben, die frontal einfach komplett Idiot-Proof sind. Und die meisten Sechser- und Siebener-Panzer, die die treffen, einfach nur drüber gefahren wird. Achter-Panzer schaffen es nur, also gleichstufige Panzer schaffen es frontal nur, diese Panzer mit Premium-Munition zu durchschlagen. Gerade wenn jetzt so ein Viech wie der Chrysler KGF Highdown steht, dann hat er eigentlich keine nominellen Weakspots mehr. Auch hier diese, das war ja auch ein Kritikpunkt, dass diese Gun-Ports hier von den MGs nicht mal mehr modelliert werden, also auch keine Weakspots darstellen. Hier oben der Copola auch kein Weakspot mehr ist, ohne dass man Premium-Munition lädt. Und ein ganz essentieller Punkt von Sir Fosch, der so in dem Video auch gar nicht rausgekommen ist, ist, dass die Leute, diese Free-to-Play-User, die einen Großteil der Spielerbasis ausmachen von World of Tanks, einfach nach und nach die Lust verlieren. Warum? Weil es mittlerweile tatsächlich in die Richtung Pay-to-Win geht. Früher war es einfach so, dass diejenigen, die sich ein Premium-Account geleistet haben, die vielleicht hier und da mal ein Premium-Panzer sich erworben haben, einfach schneller in der Lage waren, Erfahrung zu grinden, schneller in der Lage waren, Credits zu grinden. Mittlerweile kommt man aber um die Benutzung der Premium-Munition gar nicht mehr rum. Gerade vor dem Hintergrund, dass so viele Super-Heavies in das Spiel eingeführt worden sind. Ich denke jetzt von allem an Typ 4 schwer und Typ 5 schwer. Ja, ich bitte euch, liebe Leute, diese Panzer haben frontal einfach gar keine Weak-Spots mehr. Und das, was vielleicht noch ein Weak-Spot sein könnte, hier vorne dieser Schlitz zum Durchschauen, der ist überhaupt nicht modelliert. Hier oben sind keine Weak-Spots. Und alles andere ist einfach für den Otto-Normalsterblichen, der diesen Tanks gegenübersteht, nicht mehr zu penetrieren. Auch die Backen hier, die früher mal ein Weak-Spot waren, die sind beim Typ 4 schwer. Noch ein Weak-Spot, wenn wir dann aber zum Typ 5 schwer gehen, der hat hier 300 Millimeter an dieser Backe, die man früher wenigstens noch verlässlich penetrieren konnte. Unterwanne brauchen wir gar nicht zu sprechen, fast 300 Millimeter. Also, diese Panzer, diese Super-Heavies, die jetzt in das Spiel eingeführt worden sind, die zwingen einfach die Leute dazu, Premium-Munition zu schießen, weil man sich auch, erstens gibt es keine Weak-Spots und zweitens hat man gegen solche Panzer noch nicht mal die Chance, auf die Weak-Spots zu enden, weil, wie jeder mittlerweile, denke ich, mitbekommen hat, haben die Typ 4 und Typ 5 schwer eine HE-Kanone, bei der, egal wo man getroffen wird, der Typ 4, Typ 5 schwer Heavy Schaden macht. Dazu haben sie noch eine Premium-Munition, die für mehr Schaden sorgt. Also, den gleichen Durchschlag hat nur mehr Alpha-Schaden erzeugt, von 1100 auf 1400 Schaden springen wir da. Aber, das heißt, auch hier wird der Typ 4, Typ 5 Schwerspieler dazu gezwungen, wenn er Competitive sein will, also wenn er das meiste aus seinem Panzer rausholen möchte, mit Premium-HE zu schießen, die dann nicht weniger Durchschlag hat oder so, sondern einfach nur mehr Schaden produziert, nicht wie beim FH-183, wie das seinerzeit eigentlich ganz gut ausbalanciert war. Man konnte sich entscheiden, schießt man AP, dann hat man mehr Durchschlag, einen geringeren Alpha-Schaden oder man schießt die Hash-Munition, dann hat man einen höheren Alpha-Schaden, aber deutlich geringeren Durchschlag. Bei den Typ 4, Typ 5 schwer hat man einfach gesagt, nein, wenn derjenige Premium-HE schießt, dann hat er auch mehr Schaden bei dem gleichen Durchschlag. Und das ist eine Entwicklung, die kann man einfach nicht gutheißen, auch vor dem Hintergrund, dass diese Dinger einfach so idiot-proof gepanzert sind und dann einfach nur um die Ecke kommen, irgendwo randommäßig hinschießen, ihren Schaden machen und einfach nicht penetriert werden können, wenn der Gegenüber nicht imstande ist, beziehungsweise nicht gewillt ist, Premium-Munition zu laden. Das gleiche gilt für die neu gepatchte Maus, die früher ein Garagen-Hocker war. Mittlerweile sieht man nur noch Maus, 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 Typ 5 schwer, Typ 5 schwer. Warum ist das so? Weil die Maus einfach frontal, wenn ihr euch immer die Unterwanne, die früher wenigstens noch irgendwie ein Weakspot war, 270 Millimeter, also auch da kommt man nur mit, ja, gehörig Durchschlag durch. Die 10er Mediums kommen noch auf diese Durchschlagswerte, so ein E50-Hermo oder ein Leopard, aber alle 10er Heavys eigentlich kommen nicht auf diese Durchschlagswerte, die im Mittel irgendwo bei 248 Millimeter Durchschlag haben. Auch hier der Turm, der schwächste Stelle, 260 Millimeter, für die meisten 10er Heavys einfach nicht zu durchschlagen, wenn sie nicht in der Lage sind, beziehungsweise nicht gewillt sind, Premium-Munition zu laden. Also, und sobald die Maus sich nur ein kleines bisschen anwinkelt, seht ihr selber, hier kommt die Unterwanne, selbst die Unterwanne ist schon auf 300 Millimeter. Also, dazu hat die Maus dann noch einen DPM-Buff bekommen, der jetzt, ja, einem 10er Medium gleichkommt und zusätzlich nochmal 200 HP mehr. Also, wenn ihr gegen Maus oder Typ 5 schwer kämpft, gerade wenn ihr in einem Medium sitzt oder einem eher leicht gepanzerten Fahrzeug, dann kommt ihr um die Verwendung von Premium-Munition nicht mehr herum. Und das ist ein ganz, ganz, ja, schwerwiegender Punkt, den Sir Fosch schon häufiger angesprochen hat, der jetzt, wie gesagt, leider in dieser Debatte oder in dieser Eskalation untergegangen ist, dass Wargaming einfach in die falsche Richtung driftet und das mittlerweile 80 bis 90 Prozent der Community mitbekommen hat, das quasi sich anfühlt, als wenn man einfach als Spieler nur noch ausmolken wird, das versucht wird, wirklich der letzte Penny aus dem Portemonnaie zu ziehen und man aber jetzt, wie gesagt, um die Verwendung von Premium-Munition nicht mehr herumkommt. Auch ich habe das festgestellt und auch ich merke immer wieder, wie dann so eine Session einfach mal mit 500, 600.000 Credits miese dann am Abend vorbei geht oder ich gehörig viel in Premium-Panzer steigen muss, um das zu kompensieren. Gerade wenn man irgendwie die Chance haben möchte, diese Super-Heavies zu penetrieren. Auf Tier 9 geht es weiter. Man könnte jetzt diverse Beispiele finden. Hier dieser VK-4502B, der auch gepatcht worden ist, der mittlerweile auch nur noch den Capola als frontalen Weakspot hat und ansonsten hat man nur noch die Chance, diesen Panzer zu penetrieren mit Premium-Munition frontal. Hier war früher mal so ein MG-Port, was noch ein Weakspot war, war schwer zu treffen, aber auch der wurde rausgepatcht, die Sicht selber. Gibt es einfach nicht mehr. Ist hier so ein weißer Fleck, aber überall die gleiche Panzerung. Also auch diesen Weakspot gibt es nicht mehr. Und der Chrysler KGF, der reiht sich einfach nur nahtlos ein in eine Serie von Premium-Fahrzeugen. Ich denke da an den Liberté, ich denke da an den Defender. Alles, was so jetzt in letzter Zeit gekommen ist. Oder eine Lorraine mit einer unfassbaren hohen Penetration als Autoloader, wenn man den erfolgreich fährt, unfassbar stark. Also was in letzter Zeit an Premium-Fahrzeugen gekommen ist, entweder viel zu viel Durchschlagskraft, wie zum Beispiel ein Stritzwan S1 oder jetzt diese Super-Heavys, die einfach für den Otto-Normalsterblichen nicht mehr ohne Premium-Munition zu penetrieren sind. Das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz schwerwiegender Fehler in der Entwicklung von World of Tanks, weil das früher oder später dazu führt, dass sich die Free-to-Play-Player von dem Spiel distanzieren. Und wenn dann nur noch die Zahler, also die Leute, die wirklich Geld investieren in das Spiel, übrig bleiben, dann werden die Server ruckzuck leer. Und wir haben Bilder wie bei Armored Warfare, wo man dann, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt 10 Stunden, wartet, bis man dann mal in ein Match kommt. Also Wargaming sollte darauf achten, dass World of Tanks auch nach wie vor dem Free-to-Play-Spieler Spaß macht, dass Leistung sich weiter lohnt. Das ist ein anderer Punkt, auf den ich jetzt mit euch zu sprechen kommen möchte. Ja, und dazu zeige ich euch hier mal ein Replay von Robson Zug. Darum soll es jetzt nicht unbedingt in erster Linie gehen, aber ihr könnt euch jetzt mal anschauen, was hier so ein Typ 5 schwer. In dem klassischen Setup, ihr seht das hier, großes Mid-Kit, großes Rap-Kit, Ration und, was haben wir, 40 mal Premium-HE. Das ist so der Klassiker. Das seht ihr mittlerweile überall. In jedem, der seinen Typ 5 schwer bis zum Maximum ausreizt, wird das so, ja, gespielt. Das ist eine Sache, das ist eine Entwicklung, die kann einfach für ein Free-to-Play-Game nicht richtig sein. Natürlich sollte man irgendwie in der Lage sein, Geld einzunehmen mit seinem Spiel, aber ich denke, durch den Erwerb von Premium-Spielzeit, so wie das früher gehandhabt war, oder durch den Erwerb von Premium-Panzern, die zumindest genauso stark sind wie ihresgleichen, aber nicht stärker, nicht overpowered. Das war der richtige Ansatz. Das hat vor allem auch denjenigen, die kein Geld in das Spiel investiert haben, gezeigt, okay, ich brauche zwar länger, aber ich habe trotzdem die Chance, in diesem Spiel mitzuhalten. Und das hat die Spielerbase, das hat dieses Spiel so groß gemacht, so erfolgreich gemacht. Und Wargaming ist gerade dabei, diese Kuh bis zum Getno zu melken. Und das stößt vielen sauer auf. Das hat auch zu der Erzörnung von Sir Fosch geführt. Und ich kann das durchaus nachvollziehen. Und ich gucke auch gerne seine Videos. Und in vielen Punkten stimme ich ihm auf jeden Fall zu. Ich würde das niemals so drastisch formulieren wie er. Aber, wie gesagt, die Entwicklung, die sollte auch den Entwicklern von World of Tanks nicht entgangen sein. Dazu kommt noch, dass man früher als guter Spieler einfach in der Lage war, nebenbei ein bisschen Gold zu verdienen, nebenbei mehr Credits zu verdienen. Durch das Spielen auf der CW-Map, durch Spielen in erfolgreichen Clans, hat man Gold bekommen. Und man hat dann am Ende des Monats meistens von dem Schatzkammerwart Gold ausgezahlt bekommen. Die meisten Spieler sind gar nicht mehr motiviert, überhaupt CWs zu spielen, weil das Gold-Income auf der CW-Map einfach drastisch reduziert worden ist. Dazu diejenigen, die vielleicht, ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, in der ESL, bei GoForWat, etc. ihr Gold verdient haben, um sich Premium-Spielzeit zu kaufen, um vielleicht auch Tarnung einfach für die Fahrzeuge. All das, wofür man halt Gold in dem Spiel ausgibt, zu verdienen. Auch hier wurden jegliche Preise entfernt, in der Silver Series zum Beispiel. Dann hatte man eine ganze Zeit lang Zeit, beziehungsweise die Möglichkeit, Gold zu verdienen, durch die Ranked Battles. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab eine ganze Zeit lang diese Ranked Team Battles. Da gab es dann für jede Stufe, die man geschafft hat, Goldpreise. Auch das wurde abgeschafft, ohne dass irgendwie ein Ersatz dafür geschaffen worden ist. Für Leute, die competitive unterwegs sein wollten, die sich mit anderen messen wollten, und dadurch vielleicht auch ihre Premium-Spielzeit zu finanzieren. Auch das wurde abgeschafft. Dann wurde in den Clan Wars, beziehungsweise hatten die Clans ja immer die Möglichkeit, durch ihren Stronghold, durch ihr Bollwerk, Credit Buffs anzumachen, für ihre Spieler. Das heißt, man hatte gehörige Vorteile, wenn man in einem aktiven Zivil-Clan war, in einem aktiven Bollwerk-Clan, und da erfolgreich gespielt hat, dann hat man einen Buff bekommen, an Credits, jeden Abend, je nachdem, wie gewillt dann die Offiziere waren, das anzuschalten. Auch das wurde auf 30% reduziert, also gehörig beschnitten. Ja, ansonsten, wie gesagt, viele, viele Einbußen, um die Spieler dazu zu zwingen, beziehungsweise um es nicht mehr so einfach möglich zu machen, als guter Spieler, nebenbei irgendwo, ja, Credits zu verdienen, nebenbei die Möglichkeit zu haben, Gold zu verdienen. Auch das ein signifikantes Zeichen, dass man nicht mehr möchte, dass Spieler darum herumkommen, Geld in das Spiel zu investieren, und das, finde ich, ist bei einem Free-to-Play-Spiel einfach der falsche Ansatz. Es wird immer Leute geben, die Geld da rein investieren. Ich habe mittlerweile, dadurch, dass ich streame und YouTube mache, auch schon genug Geld in dieses Spiel investiert, aber es ist nicht so, dass ich diese Entwicklung gut finde. Ganz im Gegenteil, weil wozu führt das? Einfach zu Frustration. Leute setzen sich in ihre Maus, Leute setzen sich in diesen Typ 5 schwer heavy, Leute setzen sich in Zukunft in den Chrysler Car Grand Final und fahren einfach nur über das Gegnerteam und gerade dann wurde dieser Panzer auch noch so designt, dass er nur einen Durchschlag hat von 198 Millimeter. Das bedeutet im Prinzip, dass ihr nicht in der Lage seid, verlässlich euresgleichen auf Tier 8 und höher zu penetrieren. Das heißt, ihr seid für euresgleichen selber nicht zu penetrieren, der Gegner muss Gold schießen und damit ihr in der Lage seid, andere Panzer zu penetrieren, ein IS-3, ein Objekt 252, ein Liberté, müsst ihr selbstverständlich auch Gold laden und der Anreiz ist da, weil einfach 62 Millimeter mehr Durchschlag zu Papier stehen, wenn ihr bereit seid beim Chrysler Grand Final auf die Premium Munition, die APCR Munition zu wechseln mit einem Durchschlag von 260. Also, all diese Punkte kann ich durchaus nachvollziehen und ich kann nachvollziehen, dass die Community mittlerweile die, ja, in Anführungszeichen, Schnauze voll hat, wenn man das mal so drastisch formulieren darf. Und es wird einfach Zeit, dass aus Richtung der Entwickler, dass aus, ja, Richtung von Wargaming mal ein Zeichen kommt, dass man die Hilferufe der Community gehört hat. Es nützt mir nichts, wenn immer mehr Content eingebracht wird, der einfach nur noch unfairer wird. Diese Idee 30 gegen 30 ist eine schöne Sache, ist ein schöner neuer Content, wenn es dann aber wieder, und dazu hatte ich ja auch schon ein Video gemacht, in die Richtung geht, dass man jetzt Ranked Battles für Solo-Random einführt und dann dort Preise schafft, die einfach wieder Panzer overpowered machen, dass man im Prinzip Module und, ja, Rationen einführt, die sich Normalsterbliche nicht holen können. Das wird auch wieder mehr dazu führen, dass in diesen Ranked Battles noch mehr Gold geschossen wird, um noch mehr Erfahrung zu sammeln, um noch mehr Damage zu produzieren. Es werden nur noch die OP-Panzer in diesen Ranked Battles auftauchen, wie jetzt hier zum Beispiel im Gegnerteam. Das seht ihr einfach häufig. Dreimal Maus, in diesem Team hier zweimal Typ 5 schwer, einmal Maus und wenn ihr dann hier mit einem TVP, der ohnehin einen geringen Durchschlag landet, seid ihr einen Durchschlag hat, seid ihr einfach gezwungen, Premium-Munition zu schießen. Das Ganze wird noch gestützt durch den Fakt, dass die Karten immer enger werden, immer schlimmer, dass wir mittlerweile Neueinführungen wie Pilsen, wie Paris, wie Scharkow, wie Stalingrad, all diese Maps zwingen einfach dazu, dass man frontal aufeinander losgeht. Sie geben kaum Möglichkeiten zum Flankieren und auch das reizt dann wieder die Leute an, dazu mehr Premium-Munition zu schießen, weil man einfach nicht mal mehr die Chance hat, so ein Ungeheuer wie diesen Panzer hier in der Flanke zu erwischen, weil er in den engen Gassen von Enns zum Beispiel einfach in der Lage ist, sich kurz querzustellen, ihr kommt nicht mehr durch. Er schießt einfach mit HE auf euch und dann war es das für euch GG. Also auch die Entwicklung der Maps, zusätzlich mit der Entwicklung der OP-Panzer, führt einfach dazu, und das haben sicherlich viele von euch mitbekommen in der letzten Zeit, dass die durchschnittliche Gefechtsdauer von irgendwo gefühlt sieben Minuten, ich habe dafür natürlich keine statistischen Belege, aber ich denke, ihr werdet mir recht geben, dass ihr die gleichen Erfahrungen gemacht habt, wo früher ein Spiel im Schnitt, ich betone im Schnitt, sieben Minuten gedauert hat, dauert es jetzt irgendwo zwischen drei und fünf Minuten, weil einfach das eine Gegnerteam über das andere drüber fährt, entweder weil zu viele OP-Panzer in dem Team sind oder das andere Team mehrfach bereit ist, Premium-Munition zu schießen und diese ganze Entwicklung, ich hoffe, Wargaming hört da drauf, ich hoffe, auch die Community nimmt so ein Stück weit Abstand von diesen skandalösen Copyright-Strike-Geschichten, die da jetzt im Raum standen, wieder hin zu dem eigentlichen Thema, wo ich auf jeden Fall SirFosh nur unterstützen kann, bei dem, was er inhaltlich gesagt hat, ich finde, wie gesagt, auch ihr solltet euch das Video von Jingles nochmal anschauen, das war mein Punkt, beziehungsweise mein Kommentar zu der ganzen Thematik und ja, meine Meinung darüber, wo Wargaming derzeit hindriftet und dass das für die ganze Spielerschaft nicht gut ist, ich denke, darüber sind wir uns in großen Teilen einig, dass man das Ganze aber in Zukunft vielleicht ein bisschen professioneller mit den Entwicklern kommunizieren sollte und wie gesagt dazu, liebes Wargaming, gehört auch, dass die Entwickler einfach mal Feedback senden an die Spielerschaft, einfach mal zeigen, ja, wir haben euch gehört, mal was bringen oder mal einen Kommentar bringen und auch die Spielerschaft ein Stück weit an der Entwicklung teilhaben lassen, vielleicht auch die Community-Kontributoren ein Stück weit mit Feedback reinholen, das wird zwar auf dem Sandbox-Server anscheinend getan, trotzdem wird dann immer gegen die einschlägige Meinung der, ich sag mal jetzt vermeintlichen Experten, Inhalt gebracht, der dafür sorgt, dass Wargaming mehr verdient, aber nicht, dass der Spieler mehr Spaß hat, das ist, denke ich, die falsche Richtung, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich hoffe, ihr konntet mir folgen, falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen, ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, haut rein.